Was wir hier bei KleinMarketing schon oft feststellen durften, ist, dass im Zuge unserer Tätigkeit, der Vermarktung und der Vertriebsunterstützung operativ, aber als auch beratend, strategisch unterstützend, aber auch operativ für unsere Kunden, Softwareentwickler, IT-Dienstleister, das ist häufig gar nicht sozusagen der Bremsklotz, der Bremsklotz, warum nicht so schnell der Sales zustande kommt oder der Neukunde oder der Verlust. Vielen Dank. Vielen Dank.